Heute sind wir am Wiener Naschmarkt bei Lee's Cooking zu Gast. Es ist das erste Lokal von Herrn Lee in Wien, das er gemeinsam mit seiner Frau betreibt. 20 Jahre Erfahrung als Koch in Asien hat er mitgebracht. Er und sein Team verarbeiten ausschließlich frische Zutaten und legen besonderen Wert auf eine glutamatfreie Zubereitung der Speisen. Herr Lee, Sie bieten Gerichte aus unterschiedlichen asiatischen Ländern an. Aus welchen? Aus Hongkong, ja. Meine aus Hongkong, ja. Und alles diese Asiak, Ost-Asia und Sousa-Asia, alles diese Speisen, ja. Jetzt so ich tröbe in den japanischen Speziellen, ja. Sushi, andere, wie wenig, ja, die... Herr Lee, worauf kommt es bei der Qualität des Fisches besonders? Äh, das Fische, die frisch, die kommen, ja, die jeden Tag, äh, machen, ja. Woher beziehen Sie den Fisch? Die... Umar und der Nordsee, ja. Jetzt machen wir die... karländische Speziellen, die warme Speise, ja. Kartei, ja. Kartei, ja. Kartei, ja. Untertitelung des ZDF, 2020